Heute ist der 4. Februar und wir sind in Kensingen und machen von unserem Wohnmobil-Stellplatz ein Stadtbummel auf am Sonntag. Es ist die heftigste Narrerei am Werden. Wie auch immer, gestern gab es ein großes Fest und die tollen Tage kommen ja noch. Die Häuser sind geschmückt, die Stadt selbst ist sehr schmuck, es sind ungefähr 12.000, 13.000 Einwohner hier. Ja, und die feiern wohl heftigst. Überall Girlanden und wie uns zwei nette Eiskaffeebesitzer erzählten, geht es hier auch demnächst, wie gesagt, richtig rund zum Karneval. Die Schaufenster sind reich geschmückt, hier mit Schwarzwaldstrachten und Fratzen. Ja, und insgesamt ist auch die Bausubstanz sehenswert und besonders wenn die Sonne scheint, macht das natürlich hier etwas her. Jo, und das war es eigentlich schon, was uns aufgefallen ist. Es gibt eine Menge Weihnachtsbäume, die hier noch also im Februar anzutreffen sind. Und was ist das? Richtig, das sind Platanen, liebevoll gestutzt und geschnitten. Ja, alles sehr sauber, ordentlich. Kensing, kann ich nur empfehlen, müsst ihr besuchen. Tschüss, tschüss.